Der Getränkehersteller Bergquellen hat mehrere Sorten Erfrischungsgetränke zurückgerufen. Der Grund? In einzelnen Flaschen wurde eine Gärung festgestellt, so das Unternehmen aus dem Landkreis Birkenfeld. Dies kann zu Alkoholbildung und sogar zum Platzen der Flaschen führen. Die Erfrischungsgetränke sind in viele Supermarktketten und Getränkemärkte ausgeliefert worden. Betroffen sind die folgenden Getränke jeweils in 0,7 Liter Mehrwegglasflaschen. Kunden sollten die Getränke vorsichtig weggießen und können die leeren Flaschen auch ohne Kassenbogen zurückgeben. Kunden an!